wieder vergessen Oh jetzt kommt Just Dance Das ist Just Dance Ja, das ist Just Dance 10 Jahre ist Just Dance schon Oben rechts steht es sogar schon, guck mal, wusste schon vorher ab Just Dance Dance Party in der Halle, komm! Das war letztes Jahr der Start von der Ubisoft PK war richtig geil Es ist nicht für uns, oder für dich, oder für dich, es ist für sie, die Spieler! Hey, der erste Bingo im Chat Wir tanzen, und Sivio und seine Freundin heiraten, wir tanzen, und unser Freund Jadon Rodriguez tanzen für Millionen, bringen zusammen Generationen! Wir tanzen, und sie setten World Records! Do you remember Carrie? Ja, natürlich machen wir, weil wir mit ihr waren! Ja, Jonathan spricht uns richtig aus! Grinch? Das ist eigentlich ganz cool Jetzt kommt, ja, richtig nice Dance Party in der Halle! Mit dieser, weil am Anfang fand ich dir auch immer cringe, diese Dinge. Aber mit dieser, weil finde ich dir bei irgendwas einfach einfach genug. Richtig cool. Hat wieder Sony was zu claimen, oder? Ja. Ja, stimmt. Allerdings. La, 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 la. Aber der Panda war letztes Jahr auch schon da. Ja, das stimmt. Haben wir das Kostüm jetzt ein Jahr im Schack gehabt? Ist das Crow? Ja. Alter, der hat ein Bandana an seinem Knie. Alter, der ist ein richtiger Gangster, der Panda. Ich glaube, das heißt Kill This Love, das Lied. Nee, glaube ich nicht. Rampabampabam heißt das Lied. Es ist von Blackpink. Voll viele schreiben Blackpink in den Chat. Ist das was bekanntes? Ja, es ist von Blackpink. Ja, Blackpink ist von Blackpink. Ja. Ich bin dafür Just Dance mit Rammstein. Fär auch nice. Ah, es ist eine K-Pop-Band. Alles klar, deswegen. Oh, was kommt denn jetzt, ey? Ich weiß, wer puppe den Kopf ab. Alter, dieser Song ist so krank. Skibidi, 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 Skibidu. Ja, ohne Witz. Ja, ohne Witz. Ja, ohne Witz. Ja, okay, also von mir aus können wir jetzt Cringe abstreiten. Das ist ja schon ein bisschen strange, will ich ganz ehrlich sagen. Ja, alles klar, haben wir das auch, Cringe. Okay, danke. Oh, witzig. Keiner macht mit in der Halle, finde ich auch. Rammel ist bestimmt aufgestanden und hat mitgetanzt. Also das erwarte ich ja wohl. Da stand noch Wii bei. Yo, da steht noch Wii bei. Da steht Stadia bei. Da steig ich mal ab, ne?